Wie oft müssen wir das noch? Willen Sie einmal zuhören? Herold hat seinen letzten Hauch gehaucht. Er ist tot. Meine lieben Nachbarn. Liebe Nachbarn. Nachbarn. Ich bin es nur. Ihre bedauernswerte Nachbar lehnen an. Ich höre einfach zu viel. Und das ist das Problem. Hör auf. Hör auf. Ich muss meinen Kopf durch diese Wand schlagen, wenn du mich dann nach Baden wirst. Und das ist nicht der Grund für meine schicksabhafte Entscheidung. Hat man eigentlich den Knall unter dem Schuss einer Pistole? All das Pusten, all das Schnauben, all das demonstrative Fallenlassen von Gegenständen. Aber nein, unser Mitgefühl trieft ja noch nicht genug für ihn. Die passt. Denn nur nochmals nochmals mehr 방송er hat als Schuss mitgebracht. Ich denke,